Was geht, Freunde der Außenwelt? Ihr Switchen Rebound. Let's rocken! Wenn Mario angeln gehen würde, oh Gott. Oh Mann! Stell mir eigentlich angeln auch ziemlich langweilig vor. Also mit Dynamit stelle ich mir Handeln nicht mehr so langweilig vor. Voll in die... Wisst man die nicht eigentlich? Äh, ich weiß es jetzt nicht, aber... Oh mein Gott! War eine Minigun? Was? Warum nehmen die dann den überhaupt mit zum Angeln? Warum ging das jetzt nicht? Aua, er... Ja, das passiert mir auch ständig beim Angeln. Du hast eine schnelle Reaktion. Was soll der jetzt mit dem Masterspieler Träsche fangen oder was? Da ist doch Dynamit besser! Da ist doch Dynamit besser! Oh Gott! Guys, what the hell did I just say? What? We didn't lay a finger on the fish! Aha! Recht hat er ja! Sag ich doch! Was macht der da überhaupt mit... We can hang out together! Na gut, der hat ja damit gerechnet, dass er die Fische wieder rein... Na, die hat Peter abgestellt! Wieso ist überhaupt in so einem kleinen Teich so ein großes Boot drin? Oh Mann! Now with those two out of the way! It's time to catch and eat all the Fisch we want! Wow! Er braucht halt einfach keine Angel! Oh mein Gott! Er ist perfekt durchgestockt... Das war... Oh mein Gott der killt ihn! Er angelt mit nem Scharfschützengewehr, was geht hier ab? Da ist nicht mal die Straße! Junge, er ist sogar mit... Er ist sogar mit Angel einfach Profi. Oh ja! MMM ist das gut, oh ja! Nom 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 nom! Du musst mir helfen finden meinen Sohn! Oh oh! Oh Mama! Oh, da ist mein Sohn! Ich habe dich, Nemo! Oh nein! Oh nein! Wie jetzt? Oh nein! Ja, Mutter, die ausgedröte! Oh oh! Oh! Ihr schneidet Patrick! Junge, die löschen Spongebob aus! Oh oh oh! Oooooohahahaha! Wieso sind die jetzt da unten? Au. Aup, na! Klar, wer kennt's ned? einfach so, so richtig chillig. Au, du kriegst so eine Harpune im Kopf. Au, ganz normal. Das kann ich nicht. Genau. Na gut, der wär ja sowieso gesturmt. Oh, Alter! Oh, du sollst auch ein schnelles Boot! Na ja, jetzt so. Was ist das? Oh mein Gott! Mit Minecraft? Was? Was ist doch... Steve ist doch kein Fisch, Mann! Aller Fischkind ist in Gefahr! Zwei weibliche Männer, die alle unsere Brüder und Brüder und sie essen. Was war denn das überhaupt für ein Viereck? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist ein Monster! Alle? Der will alle fangen und essen? Ich hoffe, du hast einen guten Hunger, Alter! Und viel Geduld! Und viel Geduld! Aua! Junge, die fangen und essen die Fische wenigstens! Das ist erst auch dafür, dass die Delfine mit nem Schädel dagegen rammen! Das tut doch weh! Nett! Nett! Never! Then we have no choice but to unleash hell! Fishes of the sea! Attack! Oh-oh! Oh-oh! Mann! Das bringt's ja voll! Jetzt haben sie doch noch noch mehr zu essen! Das war jetzt richtig Fail! Ich dachte, jetzt kommen voll die riesen Fische! Junge, wie willst du... Ja, wer soll'n die alle essen? Nee, die habt doch nicht gefangen, die kamen zu euch. I have become one... Waa! Oh! Wo ist die denn jetzt? Das ist schon realistischer. Warum höre ich Boss-Mussi? Oh. Mist. Joa! Die sind doch jetzt schon bestraft, dass sie Fische sind. Der Schrotflinte funktioniert und der Wasser nicht. Ach, das ist nachher Blütenflinte. Nein! Ah, jetzt ist sie doch wieder tot! Huh? 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 Ach, Mann, haben wir das... Oh, oh. Oh, what the hell is this little piece of poo gonna do? Huh? 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 Oh, oh! Aua! Ah, Pace! Huh? 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 Oh! So lange wie die am Land waren, sind die doch eh schon verreckt. Okay! We did it, Maggie! Thanks so much! Oh, it was nothing. Someone's gotta teach those boys to only take what they need and... Hey! Huh? 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 Weck'n Toaster, Alter! Aber der würde doch gar nicht mehr für das ganze mehr reichen, man. Na gut, bei dem kleinen Teich, wo die waren, das könnte vielleicht... Ne, das reicht nicht. Das war cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Die Seine war abschrieben und bin damit raus.